Emil und die Detektive Ein Roman für Kinder von Erich Kästner Gelesen von Rainer Streck Drittes Kapitel Die Reise nach Berlin kann losgehen Emil nahm seine Schülermütze ab und sagte Guten Tag, meine Herrschaften Ist vielleicht noch ein Plätzchen frei? Natürlich war noch ein Platz frei Und eine dicke Dame, die sich den linken Schuh ausgezogen hatte, weil er drückte sagte zu ihrem Nachbarn, einem Mann, der beim Atmen schrecklich schnaufte Solche höflichen Kinder sind heutzutage selten Wenn ich da an meine Jugend zurückdenke Gott, da herrscht ein anderer Geist Dabei turnte sie im Takte mit den gequetschten Zehen im linken Strumpf herum Emil schaute interessiert zu Und der Mann konnte vor Schnaufen kaum nicken Dass es Leute gibt, die immer sagen Gott, früher war alles besser Das wusste Emil längst Und er hörte überhaupt nicht mehr hin, wenn jemand erklärte, früher sei die Luft gesünder gewesen Oder die Ochsen hätten größere Köpfe gehabt Denn das war meistens nicht wahr Und die Leute gehörten bloß zu der Sorte, die nicht zufrieden sein wollen Er tastete die rechte Jackentasche ab und gab erst Ruhe, als er das Kuvert knistern hörte Die Mitreisenden sahen soweit ganz vertrauenerweckend und nicht gerade wie Räuber und Mörder aus Neben dem schrecklich schnaufenden Mann saß eine Frau, die an einem Schal häkelte Und am Fenster, neben Emil, las ein Herr im steifen Hut die Zeitung Plötzlich legte er das Blatt beiseite, holte aus seiner Tasche eine Ecke Schokolade Hielt sie dem Knaben hin und sagte Na, junger Mann, wie wär's? Ich bin so frei, antwortete Emil und nahm die Schokolade Dann zog er hinterher erst, hasst sich seine Mütze, verbeugte sich und meinte Emil Tischbein ist mein Name Die Reisegefährten lächelten Der Herr lüftete seinerseits ernst den steifen Hut und sagte Sehr angenehm, ich heiße Grundeis Dann fragte die dicke Dame, die den linken Schuh ausgezogen hatte Lebt denn in Neustadt der Schnittwarenhändler Kurzhals noch? Ja, freilich lebt Herr Kurzhals noch, berichtete Emil Kennen Sie ihn, er hat jetzt das Grundstück gekauft, auf dem sein Geschäft ist So, na grüß ihn schön von Frau Jakob aus Großgrünau Ich fahre doch aber nach Berlin Das hat ja auch Zeit, bis du zurückkommst, sagte Frau Jakob Turnte wieder mit den Zähnen und lachte, dass ihr der Hut ins Gesicht rutschte So, so, nach Berlin fährst du, fragte Herr Grundeis Jawohl, und meine Großmutter wartet am Bahnhof Friedrichstraße am Blumenstand Antwortete Emil und fasste sich wieder ans Jackett Und das Kuvert knisterte Gott sei Dank noch immer Kennst du Berlin schon? Nein Na, da wirst du aber staunen In Berlin gibt es neuerdings Häuser, die sind hundert Stockwerke hoch Und die Dächer hat man am Himmel festbinden müssen, damit sie nicht fortwehen Und wenn es jemand besonders eilig hat und er will in ein anderes Stadtviertel So packt man ihn auf dem Postamt rasch in eine Kiste Steckt die in eine Röhre und schießt sie wie einen Rohrpostbrief Zu dem Postamt, das in dem Viertel liegt, wo der Betreffende hin möchte Und wenn man kein Geld hat, geht man auf die Bank und lässt sein Gehirn als Pfand dort Und da kriegt man tausend Mark Der Mensch kann nämlich nur zwei Tage ohne Gehirn leben Und er kriegt es von der Bank erst wieder, wenn er zwölfhundert Mark zurückzahlt Es sind jetzt kolossal moderne medizinische Apparate erfunden worden Und sie haben wohl ihr Gehirn auch gerade auf der Bank Sagte der Mann, der so schrecklich schnaufte, zu dem Herrn im steifen Hut und fügte hinzu Lassen Sie doch den Blödsinn Der dicken Frau Jakob standen vor Angst die Zehen still Und die Dame, die den Schal häkelte, hielt inne Emil lachte gezwungen und zwischen den Herren kam es zu einer längeren Auseinandersetzung Emil dachte, ihr könnt mich gern haben Und packte seine Wurststullen aus, obwohl er eben erst Mittag gegessen hatte Als er die dritte Stulle kaute, hielt der Zug auf einem großen Bahnhof Emil sah kein Stationsschild und er verstand auch nicht, was der Schaffner vor dem Fenster brüllte Fast alle Fahrgäste stiegen aus Der schnaufende Mann, die häkelnde Dame und auch Frau Jakob Sie wäre beinahe zu spät gekommen, weil sie ihren Schuh nicht wieder zukriegte Also, grüße Herrn Kurzhals schön, sagte sie noch Emil nickte Und dann waren er und der Herr mit dem steifen Hut allein Das gefiel Emil nicht sehr Ein Mann, der Schokolade verteilt und verrückte Geschichten erzählt, ist nichts Genaues Emil wollte zur Abwechslung wieder einmal nach dem Kuvert fassen Er wagte es aber nicht, sondern ging, als der Zug weiterfuhr, auf die Toilette Holte dort das Kuvert aus der Tasche, zählte das Geld Es stimmte immer noch und war ratlos, was er machen sollte Endlich kam ihm ein Gedanke Er nahm eine Nadel, die er im Jackettkragen fand Steckte sie erst durch die drei Scheine, dann durch das Kuvert und schließlich durch das Anzugfutter durch Er nagelte sozusagen sein Geld fest So, dachte er, nun kann nichts mehr passieren Und dann ging er wieder ins Coupé Herr Grundeis hatte es sich in einer Ecke gemütlich gemacht und schlief Emil war froh, dass er sich nicht zu unterhalten brauchte und blickte durchs Fenster Bäume, Windmühlen, Felder, Fabriken, Kuhherden, winkende Bauern zogen draußen vorbei Und es war sehr hübsch anzusehen, wie sich alles vorüberdrehte, fast wie auf einer Grammophonplatte Aber schließlich kann man nicht stundenlang durchs Fenster starren Herr Grundeis schlief immer weiter und schnarchte ein bisschen Emil wäre gern auf- und abmarschiert, aber dann hätte er den anderen geweckt Und das wollte er ganz und gar nicht Er lehnte sich also in die entgegengesetzte Ecke des Coupés und betrachtete den Schläfer Warum der Mann nur immer den Hut aufbehielt Und ein längliches Gesicht hatte er Einen ganz schmalen, schwarzen Schnurrbart und hundert Falten um den Mund Und die Ohren waren sehr dünn und standen weit ab Wupp! Emil zuckte zusammen und erschrak Beinahe wäre er eingeschlafen, das durfte er unter keinen Umständen Wenn doch wenigstens noch irgendjemand zugestiegen wäre Der Zug hielt ein paar Mal, aber es kam kein Mensch Dabei war es erst vier Uhr und Emil hatte noch über zwei Stunden zu fahren Er kniff sich in die Beine In der Schule half das immer, wenn Herr Bremser Geschichte gab Eine Weile ging's Und Emil überlegte sich, wie Ponyhütchen jetzt aussähe Aber er konnte sich gar nicht mehr auf ihr Gesicht besinnen Er wusste nur, dass sie während des letzten Besuchs, als sie und die Großmutter und Tante Martha in Neustadt gewesen waren Mit ihm hatte boxen wollen Er hatte natürlich abgelehnt, weil sie Papiergewicht war und er mindestens Halbschwergewicht Das wäre unfair, hatte er damals gesagt Und wenn er ihr einen Uppercut geben würde, müsse man sie hinterher von der Wand runterkratzen Sie hatte aber erst Ruhe gegeben, als Tante Martha dazwischen kam Schwupp! Er fiel fast von der Bank, schon wieder eingeschlafen Er kniff und kniff sich in die Beine Sicher hatte er schon überall blaue und grüne Flecken Und trotzdem wollte es nichts nützen Er versuchte es mit Knopfzählen Er zählte von oben nach unten und dann noch einmal von unten nach oben Von oben nach unten waren es 23 Knöpfe Und von unten nach oben 24 Emil lehnte sich zurück und überlegte, woran das wohl liegen könnte Und dabei schlief er ein K스트 Tribut Von oben nach unten und dann noch einmal von unten Untertitelung